Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die What is Life Box von den Lochis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. What is Life Premium Box von den Lochis. Das Ganze heute am 31.08. erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine relativ flache, quadratische Box. Und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier oben noch einen Sticker, den wir uns ansehen werden. Und zwar lesen wir hier. What is Life Premium Box, Album, Karaoke CD, Klarkommer, Stickerbogen, Poster, exklusives Polaroid, Strand, Sand und ein Tram-Ticket aus Hongkong und Gewinnspielcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, den Inhalt der Box, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich jetzt nicht als einen großen Lochis-Fan oder Verfolger ihres Tuns oder ihrer Musik bezeichnen. Allerdings wurde ich sehr oft auf diese Box angesprochen und darum gebeten, diese vorzustellen. Und das werde ich natürlich machen. Und deswegen habe ich es mir besorgt und deswegen auch dieses Video. Gut, wir haben hier auf der Front, auf dem Cover, eine idyllische Szene. Und zwar haben wir hier die beiden Zwillinge auf einem kleinen Boot sitzend, an der Reling lehnend. Und hier hinten haben wir dann den Horizont, beziehungsweise hier so eine Insel zu sehen. Ansonsten hier nur Meer und Himmel. Unten rechts lesen wir dann What is Life Premium Box. Das lesen wir dann auch noch hier auf der Seite. Auf der rechten Seite haben wir dann hier so diverse Eindrücke von ihrem Urlaub, beziehungsweise aus dem Album Entstehungsprozess. Nochmal das What is Life. Und auf der linken Seite nochmals diese fünf Bilder. Auf der Rückseite lesen wir die Lochis in schwarz und weiß. Und hier unten rechts haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann öffnen wir das Ganze mal. Das Ganze ist keine Clubbox, sondern eine Decklist abnehmbar. Ja, jawohl, von ihnen glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Poster. Dann haben wir hier einen Stickerbogen. Ein Polaroid. Ein Ticket, und zwar dieses Tram-Ticket. Dann haben wir den Gewinnspiel-Code. So sieht das aus. Einen Flyer zur What is Life 2018 Tour. Einen Klarkommer 2018, 2019. Das dürfte wohl so ein Planer sein. Kalender, kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir hier die Karaoke-Version des Albums. Das Album an sich. Und so ein kleines Fläschchen, so ein kleines Reagenzglas mit Sand. Gut, die Box von innen weiß. So sieht das aus. Also rein von der Boxgestaltung her, vom Innenleben sehr schön gemacht. Eben diesen einzelnen Elementen, die hier alles sehr schön in Form gehalten haben. Gefällt mir gut. Wir machen die Box mal zur Seite. Und nachdem das Album hier noch eingeschweißt ist, werden wir das mal aus der Folie holen. Und auch hier haben wir wieder einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, What is Life 2018, die Lochis Tour. Vom 2. Oktober bis 1. November auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets unter dielochis.de Gut, dann machen wir mal das Ganze auf. Nicht so recht, vielleicht diese Seite hier besser geeignet. Jawohl. So. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier die Lochis abgebildet. Hier auch wieder dieser Schriftzug-Inweis darüber. Unten rechts lesen wir wieder What is Life. Und wir haben hier die beiden. Es sieht nach, ja ist die Frage nach Hongkong oder Thailand aus. Ich würde jetzt mal auf Thailand tippen. Und dann haben wir hier links noch so einen Balken. Das Ganze kommt in einem Standard-Jule-Case. Auf der Seite lesen wir auch wieder die Lochis What is Life. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Die, soweit ich informiert bin, allesamt in Thailand aufgenommen wurden. Also 12 Tracks mit dabei. Hier unten wieder Credits und Barcode. Und das Ganze hier mit weiteren Fotos gestaltet. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier links eine Aufnahme von den Lochis und dann hier jede Menge Text. Also, das dürften wohl die Texte zum Album sein. Jeder Track hier Wort für Wort abgetippt. Da kann man dann mitlesen, mitsingen. Schön gemacht. Weitere Aufnahmen von den Lochis im Urlaub. Also, ihr seht schon jede Menge Text. Und natürlich auch jede Menge Fotos der beiden. Wirklich ein sehr umfangreiches und dickes Booklet. Dann haben wir die Album-CD. Sieht so aus. Schlicht in weiß und schwarz die Lochis What is Life. Und dahinter nochmals diverse Aufnahmen. Dann haben wir dieses hier mit dabei. Die Lochis What is Life Karaoke Version. Und zwar haben wir hier auch wieder 12 Tracks. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was Karaoke Version bedeutet. Ich tippe mal stark darauf, dass das jetzt mehr oder weniger die Instrumentals der 12 Tracks sind. Und dass man hier dann mitsingen kann. Eventuell gibt es hier dann auch noch auf dieser CD bzw. auf dieser DVD die Texte. Ansonsten kann man einfach die Texte aus dem Booklet nehmen und hier dann mitsingen. Das Ganze kommt im DigiSleeve in so einer Papphülle. Dann haben wir so ein kleines Gläschen, Fläschchen, Reagenzglas mit einem Korken versiegelt. Hier wurde der Sand aus Thailand abgefüllt. Also hier ein bisschen Urlaubsfeeling mit dabei. Sand aus Thailand mit für euch in der Box. Dann haben wir einen Stickerbogen mit diversen Formaten, mit diversen Stickern hier mit drauf. Also wir haben hier wirklich verschiedenste Sticker von mehr oder weniger SMS bis über Urlaubsfotos, Namensschilder und so weiter und so weiter. Was lesen wir hier noch? Swing the hips wie beim Salsa. Okay, also so sieht das aus. Stickerbogen mit jede Menge Stickern mit dabei. Dann haben wir, ja zähle ich jetzt nicht wirklich als Boxinhalt, aber hier so einen Tourflyer. Zur Info, wo die einzelnen Dates sind, könnt ihr hier natürlich die Lochis live sehen. Dann haben wir mit dabei ein Souvenir-Ticket und zwar lesen wir hier Hongkong-Souvenir-Ticket. Roman Lochmann etc. etc. Also 96. Februar 2018. Und zwar kommt das daher, da ja in Hongkong in so einer Tram, in so einer Straßenbahn ein Video von den beiden gedreht wurde. Und hier als Andenken an diesem Videodreh hat man dann in die Box einmal so ein Hongkong-Tram-Ticket mit reingemacht. Nette Sache. Dann haben wir ein Polaroid-Foto. Und zwar ist dieses, soweit ich weiß, exklusiv. Bedeutet, jeder der die Box gekauft hat, hat ein anderes Polaroid darin. In meinem Fall haben wir hier eben fünf junge Männer, die hier an der Reling sind und es dürfte die gleiche Reling sein oder das gleiche Boot oder Schiff sein, auf dem die hier auf dem Cover abgebildet sind. Nur eben anders beleuchtet und die rechte Seite. Dann haben wir einmal diesen Gewinnspiel-Code. Und zwar kann man mit diesem Code einen Urlaub gewinnen mit den beiden. Und zwar können diesen, soweit ich weiß, zehn Personen gewinnen. Also es gibt in jeder Box einen Gewinnspiel-Code. Den kann man dann auf dieser Seite hier eintragen, einlösen und dann mit etwas Glück kann man einen Urlaub gewinnen. Teilnahmeschluss 30. November 2018. Gut, dann haben wir mit dabei einen Klarkommer 2018-2019. Also ein Jahreskalender, so ein Jahresplaner. Auch hier wieder diverse Fotos der beiden. So sieht das aus. Also hier kann man alles Mögliche eintragen. Und das Ganze ist dann immer auch noch hier unterlegt mit diversen Fotos der beiden. Aber wir sehen schon, ich schätze mal, dass das jetzt jeden Oktober so sein wird. Jeden Oktober sage ich schon. Jeden Monat, jawohl, Oktober auch. Und dann kann man auch, dass wir hier einfach Fotos der beiden haben, die diesen Kalender etwas aufhübschen und auflockern. Gut, kann man auf jeden Fall verwenden. Gerade für Fans der beiden ist das natürlich schön, wenn die dann in der Schule oder vielleicht auch während des Studiums mit diesem Kalender, mit diesem Klarkommer arbeiten können. Und dann haben wir noch mit dabei ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Dieses Foto haben wir auch gerade schon in dem Klarkommer gesehen. Und zwar haben wir hier die beiden abgebildet in so einem kleinen Supermarkt in Asien. Also vor einem Supermarktregal, so sieht das aus. Dann hier noch groß in weißer Farbe die Lochis zu lesen. Das Ganze im Hochformat, im Format A1. Und die Rückseite ist blankweiß, also das Poster einseitig bedruckt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster einseitig bedruckt, im Hochformat, wie gesagt, Größe A1. Dann dieser Jahresplaner, der Klarkommer 2018 für 2019. Dieser Gewinnspielcode, um möglicherweise einen Urlaub mit den beiden zu gewinnen. Das Tram-Ticket aus Hongkong. Dieser Flyer zur Tour. Der Stickerbogen. Das Album in der Karaoke-Version im Digi-Sleeve. Ein exklusives Polaroid-Foto. Diese Probe mit Thailand-Sand. Und natürlich das Album an sich mit 12 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, What is Life von die Lochis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Lochis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.